Erinnern Sie sich, wie das war, als Sie das erste Mal verliebt waren? Das war wie eine Glücksdroge, die einen schweben lässt. Und zugleich hat man auch die bange Sorge, ob man nicht enttäuscht wird oder dass man zurückgewiesen wird. Was ist das für ein tolles Gefühl zu lieben? Meinen Partner, mein Kind oder auch ein Haustier, wie eine warme Welle durchströmt es uns. Das ist das Wesen, wo wir uns zu Hause fühlen. Das ist das Wesen, für das wir alles tun würden. Und wie stärkend ist es, geliebt zu werden, von der Mutter oder dem Partner oder von Gott. Es gibt uns auch in Zeiten größter Schwäche und Ratlosigkeit das Gefühl, nicht untergehen zu können. Das ist das Wesen, wenn die Musik fällt, all ist stripped away, am I simply come? Judah und Ratlosigkeit das Gefühl, nicht untergehen. Das ist das Wesen, wenn du deine Wesen in den letzten Jahren weist, was Gott besser so tearschen. Du bist einer schweben, Rios und Ratlosigkeit das Gefühl, nicht untergehen. Meine Damen und Herren, ich gebe dir mehr als Sie ein Vorgestırzen. Amen. 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 Das Herz ist ein Bild, das jeder versteht. Das Herz wird ja manchmal in Baumrinden geschnitzt, so mit den Anfangsinitialen der Liebenden oder an einem Brückenpfeiler wird es herzgemalt und groß mit den Lettern, ich liebe dich. Immer die Botschaft, ich liebe dich, du bist der wichtigste Mensch für mich. Solange ihr Herz schlägt, können sie lieben und Liebe empfangen. Solange ihr Herz schlägt, weiß es, wie sich das anfühlt, warm zu werden von der Liebe. Solange ihr Herz schlägt, sehnt es sich danach, geborgen zu sein und geliebt zu werden. In gewisser Weise ist das genauso wichtig wie Essen und Trinken, dass das Herz Liebe erlebt. Ungeliebt verliert es die Lust am Leben, verliert es den Mut, Schwierigkeiten zu meistern. Aber das Herz steht für noch mehr. Wir sagen auch, er setzt sich von ganzem Herzen für etwas ein oder sie kann aus ganzem Herzen lachen. Wenn wir etwas aus ganzem Herzen tun, dann sind wir ganz und gar bei der Sache. Dann gehen wir auf in diesem Moment. Und das sind dann die schönsten und wichtigsten Dinge im Leben. Dann können wir ganz versunken sein in einem schönen Spiel. Dann kann sich unsere Seele ausbreiten in einem ganz tollen Lied. Und dann können wir alles Schwere davon jagen. Im Psalm 86 heißt es, von ganzem Herzen will ich dir danken, mein Gott, denn deine Liebe zu mir ist grenzenlos. Das ist auch etwas sehr Wertvolles, von ganzem Herzen danken können. Es ist ein Dank, der aus der Tiefe kommt und der weiß, wie wenig selbstverständlich all das Gute ist. Gott aus ganzem Herzen danken, dass wir gesund sind oder geworden sind, dass wir in Gefahr bewahrt wurden. Oft erkennen wir ja auch erst hinterher, was Gott uns Gutes getan hat. Von ganzem Herzen danken, für das, wer das kann, der bekommt ein großes Herz. Für Gottes Liebe sind wir nie zu alt oder zu krank oder zu klein. Seine große Liebe will auch unser Herz groß machen. Damit auch wir aus vollem Herzen leben und aus vollem Herzen lieben können und danken können. Gott segne sie und schenke ihnen ein großes Herz. Amen. Gott, ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, mit Hindernissen fertig zu werden. Hilf uns auch jetzt mit den Schwierigkeiten in der Corona-Zeit fertig zu werden. Du gibst mir die Leichtigkeit zurück und du erinnerst mich daran. Du, Gott, meinst es gut mit mir. Amen. Was war der Grund für diesen Gott, dessen Wort die Erde schuf, ein Mensch zu werden ohne Thron? Was war der Grund für diesen Gott, den Weg zu gehen an das Kreuz? Sein Tod bezahlt, ihm unsere Schuld. Was war der Grund? Seine Motivation ist Liebe, denn der Ursprung der Liebe ist der Selbst. Liebe, die gibt, Liebe, die trägt, Liebe, die zu den Schwachen hält. Was ist der Grund für diesen Gott, uns zu verändern? Wir versorgen alle Zeit, uns Trost zu geben in der Not. Was ist der Grund? Was ist der Grund für diesen Gott, sich an den Menschen zu erfreuen? Zu allen Zeiten liebt, was ist der Grund für diesen Gott, sich an den Menschen zu erfreuen? Was ist der Grund für diesen Gott, sich an den Menschen zu erfreuen? Was ist der Grund für diesen Gott, sich an den Menschen zu erfreuen? Liebe, die uns von Angst befreuen? Liebe, die uns von Angst befreuen, ist die Liebe selbst. Die Liebe, die die Welt verändert, lebt auch in uns. Die Liebe, die die Welt verändert, lebt auch in uns. Die Liebe, die den Hass beendet, lebt auch in uns. Die Liebe, die den Hass beendet, lebt auch in uns. Liebe, die die Heilige, die die sie mit uns.